Ich kling mich jetzt aus, weil jetzt kommt der Trailer. Wie geht's dir hin? Ich klinge, ich klinge, ich klinge, und die Wachstum und Wachstum und Wachstum Aber dann war Feuer, und mit Feuer kam Dissens Feuer, und Wachstum und Wachstum und und natürlich Licht und Wachstum und Wachstum und Wachstum Nito the first of the day Nito the first of the day The witch of Isalith and her daughters of chaos Gwyn the lord of sunlight and his faithful nights and the furtive pygmy so easily forgotten With the strength of lords they challenged the dragons Gwyn Gwyn the mighty gods peeled apart their stone skills The witches weaved great fire stories Gehto erleichtert ein Piasmo von Death und Desen, und Seath, die Scalus, betrayed his own, und die Dragons war no more. Gehto erleichtert ein Piasmo von Gehto. Gehto erleichtert ein Piasmo von Gehto. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless lights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Ja, ich bin so gar nicht gehypt, ne? Yes, indeed. The dark side brand is the undead. Endlich zu eben. Silver Jonas, herzlich willkommen. Schönen guten Abend, wie geht's dir? In this land. Schauts vom Johannes, alles gut. The undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Sehr gut, Johannes, sehr gut. This is your fate. Was? Schaut. Wieso wieder so laut. Wieso wieder so laut? Ist dunkel, oder? So heißt das Spiel, ne? Okay. Das ist aber verdammt dunkel. Das sind meine Lichter, die mich blenden. Gucken wir mal, ob ich das so spielen kann oder nicht. Sehr gut, Jonas. Auch soweit alles gut. Wobei, ich weiß noch nicht, wo das heute hier enden wird. Ähm. Schauen einfach mal. Äh, äh. Noch dunkler. Ich mach mal sieben. Das ist aber mega hell, oder? Warum steht hier so ein Ding? Ich find's echt cool, dass ich so ne geile Klinge hab. Wo nichts dran ist. So, wir gucken uns erst mal die Tipps hier an. Kamerasteuerung. Lässt sich bei mir irgendwie nicht steuern mit dem Mausrädchen? Hab keine Ahnung. Angriff. Schwerer Angriff mit einem nach vorne plus schlagen. Darf ich das bei dir ausprobieren? Oh. Hey. Na, noch wehren sie sich nicht, ne? Oh, was ist das denn? Ist mir bei der Einstellungssache gar nicht aufgefallen. Ist auf jeden Fall lustig. Ich, ich... Bin gespannt. Für euch bestimmt. Was, du brauchst die Hinterzeilen? Bewertung 226? 226? Sollen wir halt irgendwie helfen? Stehe und halten. Okay, ist der Sprint. Braucht lange, bis der Sprint überhaupt aktiviert wird. Zielfixierung auf Q. Oh. Okay. Naja, also hier ist noch schön dunkel. Alles gut. Am Leuchtfeuer rasten, regenerieren. Okay, das kenne ich noch aus dem Stream. Da habe ich mal zugeschaut. Ja, für euch, Claudia. Für euch wird es lustig. Ein bisschen müde ist ja, Johannes. Auch noch. Oh, Mann. Cola reinhauen. Energy. Erste Tür, die mir versperrt bleibt. Schade. Oh, die kann ich öffnen. Okay. Also ich habe nicht weit gespielt bei meinen Stellen, ne? Ach, Quatsch, du kannst dich doch aussprechen, Claudia. Was sind das für Fluchstapfen? Blutfleck berühren. Oh, okay. Also ich kann die, ähm, Toten sehen, oder was? Achtung vor dir, Flügel. Hallo. Ich habe dich berührt. Passiert ihr was? Oh ja, da passiert ja was. So, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen soll, dieses Spiel heute zu spielen, aber ich habe es, glaube ich, mal erwähnt und jemand aus der Kommunikation hat gesagt, er würde es gerne sehen. Nicht nur einer. Ich tue es mir heute an. Was stampft denn hier so? Ey, ich wollte lesen, du Affe. Der kommt, geht direkt los, oder was? Ich habe noch nie mal ein Schwert. Ja, der wird getroffen, super. Oh, zu viel. Boah, die Steuerung, die ist ja einfach mal richtig lahm. Nein, 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 nein. Ey, ich bin schon halbtot. Ey, komm. Kann man doch die Steuerung nennen. Hilfe. Diese Tür. Ich geh. Okay. Riss mich nicht. Ich geh lieber, bevor der durch die Tür schlagen kann. Man weiß ja lieber so alten Games. Was ist das? Ach, ein Leuchtfeuer. Okay. Ja, rasten. Easy. Wir können wieder den Kampf ziehen. Ich bin full. Nimm dein Schild. Wie komme ich denn ins Inventar? Hier oben? Gegenstände anzeigen. Ausrüstung. Okay. Gibst du mir ein Schild, oder wo soll ich das herholen? Also, ich sehe hier keins. Noch nicht. Schwert gehört. Okay. Aber hier liegt kein Schild. Ey, sag mal. Triff mich noch einmal. Danke. Spinnenschild. Okay. Es lag einfach ein Stück weiter. Ja, dann. Keine bewusst, ich werde nicht, ey. Frag ich das da rein? So. Ich weiß noch nicht, wie ich da ziehe. Okay. Das ist easy. Ausrüstung wechseln. Ja, hab ich gerade festgestellt. Jetzt rennt der weg. Nur weil ich ein Schild hab. Streitangst. Ich bin nicht in Pause, glaube ich, oder? Wenn ich mich hier drin rumbewege. Der schießt schon wieder. Also, die Steuerung ist mal echt sehr komisch gemacht. Was ist das? Waffe umschalten. Okay. Kriegst du ihn noch mal? Ach, der ist schon tot. Am Tag sollst du es ein bisschen wie Salomazo. Haha. Geil. Spaßig, wie es zu sehr wehtut. Ich bin mal gespannt. Mach das hell, bis gleich. Heffern. Guck, wen sind denn ich hier? Okay, Waffen abnutzen können nicht, oder? Oh, das ist die Tür, wo ich durchgegangen bin. Oh, das ist die Tür.